Ich habe mich für das Masterstudium Hebammen an der ZHW beworben, um mich noch aktiver in der Forschung von Hebammen einzubringen, mich somit um komplexe Betreuungssituationen von Familien zu kümmern und noch besser in der klinischen Tätigkeit die Betreuung zu optimieren. Das Masterstudium hat mich sowohl persönlich als auch beruflich weitergebracht. Ich konnte mich in meiner Identität als Hebamme stärken. Das hat mir Mut gemacht, mich noch mehr in der Entwicklung der Rolle zu beteiligen. Und es hat mir natürlich den Weg geebnet, eine erweiterte Tätigkeit als Hebamme einzunehmen und auch in die Forschung einzusteigen. Für mich waren die Kosten für das Masterstudium im Vergleich zu dem, was wir gelernt haben, nicht sehr hoch und ich würde es sofort wieder machen. Und es ist auch sehr gut mit Familie machbar und auch im Teilzeitstudium, auch neben der Hebammerei. Was mir besonders in Erinnerung geblieben ist vom Masterstudium und mir sehr gut gefallen hat, war immer der Bezug zur Praxis, das praxisnahe Unterrichten der Dozierenden. Der Anteil an Forschung und Forschungsmethoden im Studium ist zwar vorhanden und auch von Statistik recht groß, aber in einem Rahmen, der sehr gut den Praxisbezug schafft und die Dozierenden haben stets versucht, uns auf einer Ebene und auf einem Niveau zu unterrichten, das für alle leicht verständlich war. Ich empfehle den Masterstudiengang Hebammen an der ZHWE, der Hebamme hilft, über den Tellerrand des Gebärsaals hinaus zu blicken, einen Fokus auf die Interprofessionalität, auf neue Betreuungsmodelle, neue Rollen von Hebammen zu setzen und sich somit auch persönlich weiterzuentwickeln. Untertitelung des ZDF für funk, 2017